Sprache ist zentral in jeder Lernberatung. Mit welchen sprachlichen Schwierigkeiten können wir rechnen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in diesem Video. Eine telepathische Beratung wäre toll. Man würde sich anschauen und man wüsste als beratende Person, was das Problem der beratungssuchenden Person ist. Und die beratungssuchende Person wüsste auch sofort, wie sie zur Lösung des Lernproblems kommen kann. Beratung funktioniert aber nur über Sprache. Und damit haben wir einen der Knackpunkte in jeder Beratung, die Verständigung. Beratende haben das Beratungsziel, Beratungssuchende bei der Erfindung der eigenen Lösungswege zu helfen. Dabei sind sie darauf angewiesen, dass die beratungssuchende Person zum Beispiel ihr Lernproblem verständlich beschreibt. Das kann schwieriger sein, als sie denken. Denn die Lernberatung benötigt nicht nur die Kommunikation über den Lerngegenstand, sondern auch über das Lernen selbst und auch über die Sprache. Wenn eine beratungssuchende Person ein Problem zum Umgang mit Amtsbriefen hat, wären also drei verschiedene Kommunikationsebenen denkbar. Die erste Kommunikationsebene bezieht sich auf den Lern- oder Problemgegenstand. Das heißt, sie bezieht sich auf die Amtsbriefe und auf den Umgang mit solchen. Gespräche über etwas Konkretes sind relativ einfach. Denn wenn ich als Beratungssuchende Person zum Beispiel meine Briefe mitbringe, kann ich mich direkt auf sie beziehen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich verstehe diesen Brief nicht. Oder ich weiß nicht, was hier steht. Oder ich zeige auf einer Stelle im Brief und frage, muss ich hier ankreuzen? Die Beratungsperson kann sich ebenfalls direkt darauf beziehen. Sie kann beispielsweise auf mehrere Briefe zeigen und fragen, Was denken Sie, welcher Brief ist wohl wichtig? Sie könnte aber auch viel steuernder werden. Kreuzen Sie bitte hier an, unterschreiben Sie bitte hier. Oder Sie könnte sagen, dieser Brief ist nicht so wichtig. Sie merken, dass die Kommunikation in einem solchen Fall leicht gelingt. Ein Problem ist aber, dass eine solche Beratung sehr direktiv verlaufen wird, wenn man nur auf dieser Ebene bleibt. Beratende Personen sollten aber nicht unterrichten oder verweisen. Die Lernberatung soll nicht Lösungen zum Lernproblem liefern, sondern die Beratungssuchende Person dazu verhelfen, unter Berücksichtigung der eigenen Möglichkeiten und der eigenen Ressourcen selbstrealistische Lösungswege zu finden. Dafür ist aber notwendig, dass sich die Beratungssuchende Person Gedanken nicht nur über das Lernproblem, sondern auch über die eigenen Kompetenzen, die eigenen Ressourcen usw. macht. Das sprachliche Verhalten der beratenden Person wird also in vielen Fällen darauf ausgerichtet sein. Die dafür verwendeten Fragetechniken können sprachlich einfach sein. Die Antworten sind möglicherweise aber komplexer. Gucken wir uns zum Beispiel folgende Fragen an. Wer könnte Ihnen dabei helfen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig finden Sie das? Was würde passieren, wenn Sie das versuchen? Wie denken Sie, dass Ihre Schwester dieses Problem gelöst hätte? Das sind mögliche Fragen, um Ressourcen oder mögliche Lösungswege finden zu lassen. In diesen Fällen wird die Kommunikation abstrakter. Man bezieht sich nicht auf etwas, was vielleicht auf dem Tisch liegt oder heute Morgen passiert ist. Man bezieht sich auf hypothetische Situationen, Situationen, die möglicherweise noch nicht stattgefunden haben. Dadurch kann Sprache komplexer werden. Das betrifft nicht nur die Grammatik, zum Beispiel die Verwendung von Konjunktiv, was würde passieren, oder Nebensätze, was würde passieren, wenn Sie das versuchen. Es betrifft auch die Bedeutung der Wörter. Denn in der Regel gehen wir davon aus, dass Menschen mit Deutsch als Muttersprache mit bestimmten Wörtern auch dieselben Bedeutungen verbinden wie wir selbst. Was passiert aber, wenn nicht wirklich klar ist, wie etwas gemeint ist? Denn das Verstehen einer vermeintlich einfachen Antwort wie »Das finde ich schwer« setzt voraus, dass sowohl die beratungssuchende Person als auch die beratende Person ein ähnliches Konzept darüber haben, was mit »schwer« gemeint wird. Was genau meinen Sie mit »schwer«? Woran merken Sie, dass das schwer ist? Was passiert, wenn etwas schwer ist? Das könnten Fragen sein, die eine beratende Person stellt, um das Konzept »schwer« der beratungssuchenden Person besser zu verstehen. Auch Fragen wie »auf einer Skala von 1 bis 10«, mit »1« sehr leicht und »10« sehr schwer. Wie schwer finden Sie das? Oder »Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das versuchen?« Was passiert, wenn Sie das machen? Woraufhin die beratungssuchende Person antworten könnte, ich bekomme dann nach 10 Minuten Kopfschmerzen oder ich werde wütend, weil mich frustriert, dass ich das nicht verstehe. Das sind Fragen, die der beratenden Person helfen, zu verstehen, was die beratungssuchende Person mit »schwer« meint. Warum ist diese sprachliche Genauigkeit in der Beratung wichtig? Immerhin könnte man sagen, dass wenn sich eine beratende Person Minimaldirektiv verhält, Sie ohnehin keine Lösungsvorschläge machen wird. Es ist dann möglicherweise nicht wichtig, ob ich wirklich als beratende Person verstehe, was die beratungssuchende Person mit einer Umschreibung wie »schwer« oder »leicht« meint. Ich würde als Berater also nicht den Fehler begehen, eine simple Lösung für ein in Wirklichkeit schwieriges oder schwerwiegendes Problem zu liefern. Ich werde deshalb nie sagen, ja, hätte ich denn gewusst, wie schwer das wirklich war, dann hätte ich natürlich so etwas nicht vorgeschlagen. Und trotzdem, es kann und wird auch bei einer Minimaldirektiven Beratung wichtig sein, dass ich als beratende Person genauer weiß, wie etwas gemeint ist. Ich darf als beratende Person nicht den Fehler machen, zu glauben, dass alle Menschen Konzepte wie »schwer« sein oder »leicht« sein gleich meinen wie ich. Das sprachliche Ziel in der Beratung könnte hier die Genauigkeit von juristischen Texten sein. Die beratende und die beratungssuchende Person erarbeiten sich gemeinsam alle sprachlichen Konzepte, sodass diese keinen Interpretationsspielraum mehr lassen. Das würde die Beratung sprachlich aber sehr komplex machen. Beratende müssen also abwägen, wann sie bei einem scheinbar sprachlich einfachen Konzept doch nachfragen wollen. In jedem Fall können wir sagen, dass die Sprache in einer Beratungssituation komplexer wird, je unbekannter das Gesprächsthema für die beratungssuchende Person ist. Was sind Beispiele für unbekannte Themen? Wenn wir daran denken, dass die beratungssuchende und die beratende Person unterschiedliche Ziele verfolgen, dann wird deutlich, dass Sprache herausfordernder wird, je mehr wir uns in der Beratung vom eigentlichen Lernproblem entfernen. Die beratungssuchende Person bringt ein konkretes Lernproblem in die Beratung mit und sucht eine konkrete Lösung für dieses Lernproblem. Oftmals gerne als klare Handlungsempfehlung. Über das konkrete Problem kann die beratungssuchende Person leichter berichten, denn dazu hat sie konkrete Erfahrungen gemacht. Die beratende Person möchte hingegen Lernautonomie fördern. Sie verfolgt mit der Beratung ein anderes Ziel und das zeigt sich in der Sprache. Sie möchte das Lernproblem nicht lösen, sondern die beratungssuchende Person in die Lage versetzen, selbst eine Lösung für das eigene Problem zu finden. Deshalb wird sie das Gespräch auf Themen und Situationen lenken, die aus der Sicht der beratungssuchenden Person mit dem eigentlichen Lernproblem scheinbar nichts zu tun haben. Das Gespräch wird dadurch abstrakter. Das Lernen und die Sprache sind möglicherweise Themen, über die sich die beratungssuchende Person bis dahin nie Gedanken gemacht hat. Über diese Themen zu sprechen, ist schwieriger, wenn Deutsch nicht die Muttersprache der beratungssuchenden Person ist. Wenn beratungssuchende Personen Deutsch als Zweitsprache auf einem sehr niedrigen Niveau beherrschen, dann wird die Beratung besonders herausfordernd. Nicht nur der Wortschatz und die Grammatik sind hier schwierig, sondern auch die kulturell geprägten Konzepte, die mit Sprache verbunden sind. Aus diesem Grund sollte Beratung möglichst sprach- und kultursensibel sein. In vielen Fällen kann das bedeuten, dass die Beratung direktiver wird. Eine Unterstützung kann hier die Verwendung eines Beratungsportfolios sein, mit welchem wichtige Konzepte der Beratung stark visualisiert und auch in der Muttersprache der beratungssuchenden Person sprachlich stark vereinfacht beschrieben werden. Aber zurück zur beratungssuchenden Menschen mit Deutsch als Muttersprache. Auch bei ihnen kann es in der Beratung zu sprachlichen Problemen kommen. Die Zielgruppe der Alpha-Lernberatung sind Menschen, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben und im Lernprozess Schwierigkeiten erfahren. Es handelt sich hierbei größtenteils nach der Leo Level 1 Studie um Menschen, die in Deutschland zur Schule gegangen sind. Bedeutet aber nicht gut lesen und schreiben zu können, dass man die eigene Muttersprache mündlich nicht gut beherrscht? Hängen mündliche und schriftliche Kompetenzen zusammen? Menschen lernen ihre Muttersprache zunächst mündlich. Der Erstsprache-Verb ist zu Beginn stark auf das Ich, Hier und Jetzt bezogen. Kinder beziehen sich also sprachmündlich auf Situationen, die ihnen vertraut sind. Das Kontextwissen spielt dabei eine wichtige Rolle. Erst durch den Schriftsprache-Verb in der Schule und durch das darauf aufbauende schriftbasierte Lernen entwickeln sich in der Regel die sprachmündlichen Kompetenzen weiter. Wie können wir uns das vorstellen? Die Sprachverwendung kann mit Hilfe von zwei Faktoren vereinfacht beschrieben werden. Auf der einen Seite haben wir die Medialität, das heißt, welches Medium wird zur Kommunikation verwendet. In dieser vereinfachten Betrachtung stehen hier zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Die mediale Mündlichkeit, das heißt, ich kommuniziere, indem ich den Mund aufmache und dabei Sprache produziere oder ich höre gesprochene Sprache. Und die mediale Schriftlichkeit, das heißt, ich kommuniziere, indem ich etwas schreibe oder lese. Auf der anderen Seite haben wir die Konzeptionalität. Diese wird auch auf die Mündlichkeit und Schriftlichkeit bezogen. Konzeptionell mündlich ist eine Sprachverwendung, die stark auf das Ich, Hier und Jetzt bezogen ist. Diese sehr elementare Art der Sprachverwendung kann dann gesprochen oder geschrieben sein. Konzeptionell schriftlich ist hingegen eine Sprachverwendung, die abstrakt ist, unabhängig vom Ich, Hier und Jetzt. Und auch diese Art der Sprachverwendung kann sowohl gesprochen als auch geschrieben sein. Auf diese Weise ergeben sich vier Bereiche der Sprachverwendung, die sich darin unterscheiden, ob sie sich auf eine konkrete und bekannte Situation oder auf eine unbekannte und abstrakte Situation beziehen. Während im Fall der Kommunikation zu einer bekannten und konkreten Situation man auf sprachliche Komplexität verzichten kann, ist dies bei einer Kommunikation zu abstrakten Situationen und Themen nicht so einfach. Hier wird in der Regel eine komplexe und genauere Sprache verwendet. Das, was zum Beispiel nicht unmittelbar gesehen wird, muss dann sprachlich so genau beschrieben werden, dass man sich das vorstellen kann. In der Regel wird der Wortschatz umfangreicher und die Grammatik komplexer. Das Erste, was Menschen beherrschen, ist also die konzeptionelle Mündlichkeit, und zwar gesprochen und gehört. Die Sprachverwendung von Vorschulkindern ist in vielen Fällen ein gutes Beispiel dafür. Auch ein Gespräch in der Küche über etwas, was auf dem Tisch liegt, ist ein Beispiel dafür. Kannst du mir bitte den Hm geben? Wenn ich diese Frage stelle und dabei meinen Kaffee trinke, wird die andere Person ihr Kontextwissen und ihr kulturelles Wissen verwenden, um mich zu verstehen. Die sprachliche Genauigkeit ist nicht so wichtig. Es ist 8 Uhr früh, auf dem Tisch steht eine Schale mit Zucker, ich trinke einen Kaffee, also ist jedem mehr oder weniger klar, was mit dem Hm gemeint sein muss. Dieser einfache Sprachverwendung steht diametral gegenüber einer konzeptionelle Schriftlichkeit, die geschrieben und gelesen wird. Sie bezieht sich nicht auf eine unmittelbar erlebte oder erlebbare Situation. Sie bezieht sich möglicherweise auch nicht auf ein bekanntes Thema. Sie ist abstrakt und benötigt deshalb eine hohe sprachliche Genauigkeit. Ein Beispiel hierfür sind Fachtexte. Sie enthalten unüblichen Wortschatz, komplexe Satzstrukturen und beziehen sich oftmals auf Dinge und Themen, mit denen man sich vielleicht nicht zuvor beschäftigt hat. Die sprachlichen Kompetenzen, die man benötigt, um solche Fachtexte lesen oder gar schreiben zu können, werden vorrangig in der Schule gelernt. Nominalisierungen oder Passivbildungen sind zum Beispiel typisch für derart abstrakte Texte. Daneben gibt es zwei weitere Möglichkeiten der Sprachverwendung. Wir können sozusagen umgangssprachlich schreiben oder umgangssprachlich geschriebenes lesen. Ein Beispiel hierfür sind kleine Notizen am Kühlschrank oder an der Tür oder kurze Textnachrichten, die wir mit dem Handy verschicken. Milch kaufen, bin gleich zurück oder um 19 Uhr. Es ist oftmals eine Sprache mit einfachen oder vereinfachten Satzstrukturen, die vom Kontextwissen lebt. Wir können aber auch so sprechen, dass man uns sofort in einer Zeitung drucken könnte. Wenn wir einen Vortrag zu einem abstrakten Thema auswendig lernen, liegt dieser zunächst schriftlich vor. Wir halten dann den Vortrag so, als würden wir ihn vorlesen. Kommen wir aber zurück zur Alphalem-Beratung und behalten wir diese Vorüberlegungen im Kopf. Der anfängliche Schriftsprachewerb liefert eine Möglichkeit, die konzeptionelle Mündlichkeit schriftlich abzubilden. Im Laufe der Schulzeit wächst die Schriftsprache aber sehr schnell aus einer bloßen Funktion des Abbildens von Mündlichkeit heraus. Schriftsprache wird dann nicht mehr dafür verwenden, Mündlichkeit abzubilden, sondern dafür, neue Erfahrungen zu machen. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Schriftlichkeit, um Fachwissen im Fachunterricht zu erwerben. Durch diese Art von Schriftlichkeit verändert sich kontinuierlich die Mündlichkeit. So schnell der mündlich beherrschte Wortschatz hoch, wenn Lesen und Schreiben gelernt wird. Dies passiert auch, wenn Menschen mit Hilfe von Fachtexten lernen. Die Einschränkung auf das Ich, das Hier und das Jetzt, die der mündliche Erstsprachewerb mit sich bringt, wird gerade durch den Schriftsprachewerb und den kontinuierlichen Umgang mit Texten in der Schulzeit aufgehoben. Schriftsprache wird zum Motor der mündlichen Weiterentwicklung. Mündlichkeit und Schriftlichkeit bedingen sich und entwickeln sich gegenseitig. Das beginnt schon recht früh. Denken Sie beispielsweise an bildungssprachlicher Kompetenz. Die ersten bildungssprachlichen Muster, die Kinder lernen, kommen in vielen Fällen durch den Umgang mit Schriftsprache, im Idealfall lange vor der Einschulung. Und zwar beim Zuhören von vorgelesenen Märchen. Ich werde dich fressen, sagte der Wolf. Ich werde dich fressen, ist stark an der Mündlichkeit orientiert. Aber, sagte der Wolf, die Präteritumsform ist für die alltägliche Mündlichkeit ungewöhnlich und kommt vor allem in schriftlichen Texten vor. Kinder können also lange vor der Einschulung ihre ersten bildungssprachlichen Muster erwerben, indem sie diese hören. Die Grundlage dafür sind aber in vielen Fällen schriftliche Texte, die vorgelesen werden. Was geschieht, wenn Kinder während ihrer Schulzeit nicht die Kompetenzen erwerben, die zu konzeptionellen Schriftlichkeit führen? Das wäre beispielsweise der Fall, wenn schon früh in der schriftsprachlichen Entwicklung es zu Schwierigkeiten kommt. Wenn Kinder mit einfachen Texten Schwierigkeiten haben, kommen sie mit bildungssprachlichen und fachsprachlichen Texten erst recht nicht weiter. Und wie entwickelt sich dann ihre Mündlichkeit? Bezogen auf geringliteralisierte Erwachsene kann deshalb die Frage aufgeworfen werden, inwieweit Erwachsene, die keine bildungs- und fachsprachlichen Texte verstehen, Bildungs- und fachsprache mündlich verstehen oder mündlich produzieren können. Ohne Zweifel, in der Regel können Menschen mündlich deutlich mehr als schriftlich. Da aber Schriftlichkeit nicht nur bloß Mündlichkeit abbildet, sondern mit Blick auf Bildungssprache oder Fachsprache auch prägt, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass Beratungssuchende immer ihre Gedanken zum Lernen oder zu ihrer eigenen Sprachverwendung verständlich und genau formulieren können. Das trifft umso stärker auf geringliteralisierte Menschen, für die Deutsch eine Zweitsprache ist. Vielleicht denken Sie, kann ja nicht so schwierig sein, kurz über ein Problem zu berichten und zu sagen, wer bei seiner Lösung helfen könnte. Fachsprache braucht man dafür nicht. Sie müssen aber bedenken, dass manche Lernprobleme sich auch im beruflichen Kontexten ergeben können. Es sind nicht nur die Schwierigkeiten mit einfachen Texten, die eine Person dazu bringen, die Lernberatung aufzusuchen. Es kann durchaus sein, dass erst der beruflich bedingte Umgang mit fachsprachlichen Texten die schriftsprachlichen Schwierigkeiten offengelegt haben. Und in der Beratung soll die beratungssuchende Person unter Umständen darüber nachdenken, was genau an einem Text schwierig ist und darüber erzählen. Sie soll über Sprache und das Sprachlernen nachdenken und darüber berichten. Darüber hinaus müssen Sie bedenken, dass die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben oftmals nur ein von mehreren Problemen sind, die den Alltag der beratungssuchenden Person bestimmen. Möglicherweise sind die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sogar das kleinste Problem, was die beratungssuchende Person hat. Gesundheitliche Probleme, Schulden, ein geringes Selbstwertgefühl, das alles und viel mehr kann gemeinsam mit geringer Literalität auftreten. Und in der Beratung wird möglicherweise genau das zutage gefördert. Die Anfangsbeschreibung, was denn nun das Lernproblem ist, kann so schnell zu einer umfassenderen Beschreibung zu mehreren Problemfeldern führen, von denen sie zunächst unklar ist, was wie zusammenhängt. Auch die Fähigkeit, solch komplexe Zusammenhänge strukturiert wiederzugeben, wird zum Teil in der Schule im Umgang mit Texten vermittelt und gelernt. Schließlich müssen Sie als beratende Person unter Umständen an der einen oder anderen Stelle kurz zusammenfassen und strukturieren, was Ihnen die beratungssuchende Person berichtet. Anders als bei Fragetechniken, die stark einer vorgegebenen Formel entsprechen können, ist die Zusammenfassung freier. Wie verhalten Sie sich selbst sprachlich? Formulieren Sie bildungssprachlich oder sogar zum Teil fachsprachlich? Die Unterstützung durch Ihre Schwester beim Lesen von Briefen wird besser gelingen, wenn Sie selbst eine positive Einstellung zum Lernen entwickeln. Dieser Satz ist für Sie möglicherweise leicht verständlich, enthält aber zahlreiche Merkmale, die wir auch in Bildungssprache und Fachsprache wiederfinden. Passivbildungen, Nominalisierungen, satzwertige Nominalphrasen, Nebensatzkonstruktionen mit Verbentstellung, Satzklammern, Verbinversion im Hauptsatz. Und? Haben Sie das jetzt alles verstanden? Nein? Wie fühlt sich das an? In der Beratung geht es also nicht nur darum, die Inhalte zu verstehen, sondern auch eine Sprache zu verwenden, mit der Sie die beratungssuchende Person wohlfühlen. Denken Sie also über Ihre eigene Sprachverwendung als beratende Person nach und passen Sie Ihre Sprache der Beratungssituation an. Und damit sind wir zum Ende des Videos gekommen. Ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.